Hi, du bist der Neue, ne? Du bist ganz hübsch. Musst aber keine Angst vor mir haben. Ist doch ganz verlegen. Traut er sich denn jetzt nicht? Na ja, da oben ist aber auch was zu machen. Ganz hübsch, ganz dunkel. Jetzt sieht man mich. Das sollte nicht so sein. Traut er sich? Er war aber schon mal hier am Fenster. So ist das nicht, wo ich hier saß. Wo ich dachte, das ist Krümel. Aber er traut sich nicht. Guck mal, das ist ja witzig. Dann geht er oben mal hin, kleiner Pups. Da musst du dich aber dran gewöhnen. Ich sitze hier immer. Da gewöhne ich dich dran. Süß. Süß.